Ich rufe mich mal mit dem. Oh, warte mal, hier gibt's, äh, Klassmus für mich, Berserker, 36% Launcher nachladet, ich kenne das ist noch nie meine Waffe. Wieso Launcher ist der Raketenwerfer? Rocket Launcher. Ja, Raketenwerfer, sag ich doch. Warum hat er dann so eine SMG-Immonie als im Kreis da da? Zweimal überbreite Skill? Hier gibt's einen Revolver mit 417 Schaden, falls jemand Revolver mag. Das ist, glaube ich, der, den ich gerade schon hab. Wie viel? 32.000. Nee, ähm, Schilder und Medizin, das ist mein Geschäft. Wer braucht schon Dr. Z, wenn's Dr. Ned gibt? Die Sprüche sind so geil, du, einfach nur, die, die, die Situation, dann Quatsch. Kauf dir erste Hilfezeug, dann muss ich dich nicht zusammenflicken. Dann machst du kurz eins. Ja, ha, ha. Gibt es nicht. Ne, bunten. Gibt's einfach nicht. Die Bruchfreide. Da hat er mich doch runtergebrochen. Die weckt ab. Was hab ich momentan? Huh! Wie ist das rumlecker? Das ist, glaube ich, ich kenn dich. Das ist einfach, wenn man halt... Wir bauen Menschentürme. Boah, das hat gerade richtig meinen Rücken geknackt. Dann solltest du dich gerade hinsetzen. Gerade hin? Der knackt schon seit zwei Wochen. Dann solltest du mehr Sport für deinen Rücken machen. Und damit meine ich keinen Sex. Ja. Das zählt nicht. Warum zählt da keinen Sex mehr zu? Das zählt nicht. Richtige Sport für den Rücken. Das ist nicht rückengerecht. Das war noch nie rückengerecht. Das war noch nie rückengerecht. Das war noch nie rückengerecht. Das hat meine Oberschenkel wieder richtig weh. Und unten liegen ist vielleicht rückengerecht. Das ist unten liegen rückengerecht. Ich darf immer oben liegen. Es gibt Sachen, die sollten wir, glaube ich, nicht in der Aufnahme besprechen. Die gehören aber einfach nicht rein. Bei den Aufrufen momentan, die dein Kanal hat. Ja, und wenn es dann mal plötzlich krümm wird. Was hast du denn für Freunde? Marco, wunderschön, warum ich mich auf den Tod haue. Lass den mir doch. Ich habe einen Medikits gefunden. Hol zu. Kann ich alleine. Du hast den Tod verdient. Wieso habe ich denn den Tod verdient? Ich koste ja nicht mal. Aber der Sniper ist doof. Das macht zu wenig Schaden. Auch wenn es 48.000 wert ist. Da bin ich beim Rüberlaufen. Oh, hier ist ein Boot. Ja, hier sind jede Menge Boote. Hier liegt irgend so ein Borgman drin. Ja, dann nimm auf. Kann ich nicht. Dann haben wir die Quests noch nie. Dann wissen wir jetzt schon mal wo es ist. Er läuft aber schon in die falsche Richtung. Okay. Felix, umdrehen. Ja, jetzt lass mich wenig die Hirne aufsammeln. Die Hirne? Und hier ist mein Schadgang. Du meinst die Hirne, ne? Die Hirne. Biss aber gar nicht. Voll erwischt, du Arsch. Die erste scheiß Kopf bewegt. Oh, ein Rocket Launcher. Nee. Ein Machine Gun. Nie wirklich ein Rocket Launcher. Aber kann ich gegen die Schrottfinder einpauschen? Maschen kann's aber nicht deine Hauptwaffe, ne? Also da hat das Coopy eigentlich immer vorrecht. Ja, aber die hat grad sehr viel Coopy. Also ich glaub, die hat nicht so rum. Oh, lass mich. Scheiß Ding, ey. Ziel getrapt! Hm? Hm, hm, hm. Und dann? Ach so. Ich seh nix. Ich bin blind. Sniper? Weißes, 14.000. Oh, gut. Wartet immer. Wo willst denn du hin, Coopy? Ach so, die Richtung. Hm. Nee, wir warten, glaub ich, nie. Wir brauchen... Die weißen Sachen kannst du alle liegen lassen. Die sind uninteressant. Ich hatte noch den Ehen-Mechingun, die ich mal kurz tauschen wollte. Oder gucken, ob ich da tauschen wollte. Wenn hier die ganze Zeit weiterläuft, kann ich nicht gucken, ob ich Waffen wechseln kann. Doch, kannst du. Weil's mit Zähl schrott sind, ist Kacke rumzurennen. Andere Richtung immer noch. Ich guck doch bloß mal, was hier ist. Dead Haven. Ich hab, wenn Felix nicht da ist, guck ich doch einfach mal, was hier so rumliegt. Wenn der Sammler, der Messing nicht da ist. Hier kommen übrigens wieder Vögel. Jede Menge. Jetzt nimmer. Ja. Ich weiß nicht, ob da nochmal mehr kommen. Beim Gruppi kommen noch welche. 180, 180, 180. Ja, bei mir kommen auch grad noch welche. Oh bella. Schott finden sie ziemlich cool dagegen. Aber ich finde irgendwie, das Ambiente ist gut gemacht von der DLC. Von der Stimmung her. Was war denn das, was du in der Höhe strahlst? Das ist unser Teleportationspunkt. Hier, da sind wir an dem Grabstein, der nicht dahin zu hingehören zu scheinen. Ne, am Strand. Am Strand. Auch ein bisschen übertrieben. Ja, dahinter ist was. Ja, da sollen wir auch rein. Wollen wir mal kurz? Ne, schade. Ein bisschen. Ja, genau. Hättest du vorhin machen können? Wir werden nicht einfach weitergelaufen, dann gibst du einen Teleporter. Äh, weiterlauft Kacke, Benni. Wieso? Weil ich dann nicht sterbe bei den ganzen Spanzenzeugen. Hier in der Stadt kommt nie so viel. Außer wir werden nicht da weiter teleportiert, da wärst du nie gestorben. Bäm. Auge. Ich würd schon sagen, dass das irgendwie ein bisschen was mit Lack zu tun hat, wenn ich hier rumglitsche. Also, äh, Morco, die Maschine gern hat 72 Schaden, dürfte jetzt glaube ich nicht so schlimm sein. Oh, weit, weit. Los, Kämpfe, bring mich zum Lachen. Von mir kann wirklich sich ziemlich an kleiner. Wenn du brauchst, Stealer auf den Kopf. Hahaha. Wirf Proximity-Granaten auf Zombies, die auf dich zulaufen. Ich glaub, Proximity-Granaten sind welche, die so wie so ein schwarzes Loch erzeugen. Wieder erstmal verkaufen. Danke. Oh, 680er Schild. Sonst zu teuer. Versuchen dir die Zombies das Gesicht runterzureißen? Kauf dir ein Schild. Und dann kauf dir eine Medi-Ampulle. Ich nehm das 680er. Hm, mein Verdauer davon hat so viel gekostet. Ach, ich muss auch noch verkaufen. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Wenn ich nie so den... Der Berserker-Classmode mit dem, äh, erforderlichen Level 31 macht weniger Nahkampfschaden als mein Level 10. Du hast ein Level 10er-Classmode noch drin? Ja, ich glaub schon. Warte mal. Ha! 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 Ach, ne. Ach, ne. 2, ja. Hier. Nee. Ich hab ne Cosmode Level 10, 20 drin. Die macht 66 Nahkampfschaden. 10x Endloser. Storm-Skill. 10x Riesesport. Und 24 Kugel. Schadensresistenz. Das was hier ist, ist einfach placher. Was hier drin ist. Wenn du bloß auf den Schaden guckst, wahrscheinlich schon. Aber das wird wahrscheinlich mehr Skills hochpushen. Oh, hoffentlich mehr Skills hochpushen. So geil, ich sehe den Gegner gar nicht mehr, wenn ich schieße. Ich ohne, wenn ich mit der Meschengang schieße. Ich hab keine Meschengang, ich hab ne Pistole. Merkst du einen Unterschied? Ja, egal. Ich sehe es einfach nicht mehr. Das ist der Grundgedanke, den wir bei den Ball hatten. Huh? Was hat mich denn angespuckt? Misfi! Ja, die Tendl sind auf jeden Fall. Säure-Resistente. Das weiß ich doch warum mein Säure-Sniper so wenig Schaden macht. Was 58.000 wert ist. Also zumindest teilweise. Ich bin schade. 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 Findebeschelle ich nochmal nach dem anderen. Sniper 370. Bei mir. Huh, das sieht gut aus. Das sieht, ist in allem das sah. Ich nehmui das. Nur ein Scheiß. 2600 schaden mit dem ersten schild meins direkt genommen warum habe ich jetzt 5000 ausgegeben in dem wir bitte noch ein bisschen decken das wäre arsch netz machst du das nur noch jetzt wohnt aber auch glaube kein zombie mehr nach ich habe einen tankenstein und wo denn hier oben bin unterwegs 4800 schaden den kritischen treffer da kommt so du wie lange man sich bewegt man angekotzt ist ja das nervt total viel musik aber ziemlich cool unterlegt wird so kirchenglocken eingespielt die 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 Ich bin ja... No Scope! Oh sowieso. Auf'n Zombie-Hirne hier, ey. Ja, wenn ich den Kopf treffe, mach ich halt einen One-Shot mit dem Dingern. 2.357. Das ist so geil mit dem Ding. Pups. Und kommt direkt hin. Das ist so geil mit dem Dingern. Ehrlich, wie oft ich hier manchmal nix... Wow! Wo kamen die denn hier? Auf jeden Fall hinter uns. Hier liegt ein... Hier liegt ein... Lila Combat Drivers. Ich liebe dieses verdachte Ding! Achtung, Fang! 3 Stück! Ne, das sind keine... Das wird Kamikaze-Bomber. Da kommt noch ein kleiner Springer. Sag. Hast du schon das lila Ding genommen, Marco? Irgendwann, ich nehm's noch, aber ich... Er liegt ein SMG. 55 Schaden, ich glaube. Ja, das hab ich mir auch angefangen. Das ist SMG. What the... Mit dreifach Strom. Ich weiß nicht, ob Zombies so gut auf Strom reagieren. Testen. Oh, noch was Lilanes! Ich hab ein lila SMG gefunden mit 57 Schaden und doppelt Säure. 44.000. Was ist ein Gamble? Gamble ist eigentlich sowas wie ein... Ja, er ist halt relativ langsam. Ein Sniper. So wie der von der Grafik rauskommt. Ja, Gamble ist ein Sniper. Siehst du doch auch halt am Symbol. Ja. Willst du es haben? Nö. Ich hab ne... Ne Mechigan mittlerweile. Eine Schrotflinte. Ein Reflachenlauncher. Und ein Revolver. Ja, haha, Tankenstein. Oh, wer hat den jetzt geholt? Irgendeine. Ich glaub ich hör das. So wie meiner gerade umquatscht. Und? Der gar nicht gut. Der. 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 Es kann natürlich sein, dass Translationsgranaten hier nicht funktionieren, dass sie keine Gegner oder abziehbarer Lebensenergie haben. Genau. Dann solltest du vielleicht doch auf andere Granaten wechseln. Ja, deswegen. Nun nicht. Ja, zumindest das Einzige, was Sinn macht, ansonsten ist es verbuggt. Wir müssen hier rein. Ich glaube nicht. Ja, Mann, Helvix. Ne, der auch nicht. Also... Der, der tot ist, meinst du? Ah, kein Zombie. Nee, kommst du? Ja. Wir drehen wir jetzt weiter. Hm, auch einer Wehrwürf. Der hat einen Partyhut auf. Nice hat. Nein, wer ist Kax? Okay. So fühl ich zum Thema... Wehten, kennen wir jetzt wohnen? Oder jetzt? Hm? Was? Wow. Prost. Uh, ein Artefakt. Klasse Soldat. Weil wir drauf gehalten haben, Bede. Hier ist ein Brand-Artefakt. Für Soldaten. Und ich habe etwa nie drauf gehalten? Ich habe gesagt, wir haben beide drauf gehalten. Drüben war noch gar nicht da. Mensch. Riecht dich schon immer gleich auf, Mutti. Und Bolzen wäre wirklich auch geil. Ihr könntest, glaube ich, auch hier reinnehmen. Oh, hier, guck mal, Waffenkiste. Äh, irgendwie... 89er Explosiv Longbow. Ein Schild, 700. Uh, ich habe ein 700er Schild. Hier ist ein Revolver mit 145 Schaden und, äh, Elektro. Also ich habe jetzt ein 690er... Und ein Gegenmittel. Ja, das brauchen wir. Ich habe ein 690er Schild übrig. Wie? Wir müssen ja nicht ins Krankenhaus rein. Ne, wir müssen den Verskack noch mal besiegen. Das war doch der Gegner hier. Feuerlarm. Ja, der ist relativ easy, das stimmt. Dabei der alleine ist der ein bisschen schwerer, aber hier zu zweit ist der schon relativ easy. Ich hole mir dann die Regenknaden mit 101, äh, Schaden. Geld haben wir ja. Kann man jetzt eigentlich gleich hier runterjumpen, oder? Ich glaube, da unten geht es noch irgendwo lang. Da links geht es noch nicht nur hier um den Strand irgendwo hin. Zumindest mit mich zumindest so aus. Hier geht es überhaupt generell noch einen Strandweg. Oh. Guck mal, da ist ein Tankstein mit einer Kiste. Beutegauner. Da, den Gegner mit Kiste. Aufm Rücken. Sophie? Wie der halt zuhaut, ey. Was? War doch okay, oder? Zwei Schrotflinten. Wie war das mit, jetzt kommt eins? Na, sagt doch. Irgendwann seid ihr auch dran. 12x7. 73. 1000 wert. 12x67. Äh. 8x83. Aber dafür ist die Zielgenauigkeit wieder genau wie bei einem Schrotflinten. Die Feuerrate ist übel. Fast eine 2, guck mal. Plus ein Projektil? Plus ein Projektil abgefeuert? Oh, die T-Genauigkeit kalt wird bei beiden. So kacke, ey. Ja, deswegen. Ja, aber wie gesagt, eine 2er Schussfrequenz. Probier mal die 2er Schussfrequenz aus. Was ist denn? Plus 3 Projektile abgefeuert? Was soll denn das helfen? Na, du schießt halt ein Projektil mehr. Plus ein Projektil. Wo? Wo soll ich? Welche soll ich ausprobieren? Die 73.000er. Da schießt nämlich übelst schnell. Und das im Nahkampf. Das im Nahkampf. Also ihr könnt die Anträger nehmen von mir aus. Benni, willst du noch eine Schrottende? Ich hab ja die, die ich jetzt nicht mehr... Oh. Ich hab doch den Raketenwerfer noch von dir. Das brauchen die ganz langsam. Nee. Aber die T-Genau. Mit 19. Wo sind wir am Maschinengang nicht mehr? Ah, ich hab grad Schrottende gegen Maschinen. Top. Mist, 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 Mist. 70. Und die macht echt mehr.